Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute endlich mal wieder von meinem Camper. Ihr habt sehr viele Fragen gestellt, was jetzt endlich mit dem Camper geworden ist. Ich habe ja jetzt tatsächlich ein halbes Jahr fast kein Update mehr gegeben und heute ist es endlich soweit. Man muss dazu sagen, es gab eine lange Zeit, wo ich nichts dran machen konnte, aber all das erkläre ich in diesem Video. Und welche Updates es alle aus diesem Camper Van gibt, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Ich glaube, das größte sichtbare Update ist tatsächlich draußen passiert, denn vielleicht siehst du es hier schon so ein bisschen rechts oder links. Der Camper wurde foliert und hat sein eigenes Design bekommen. Und wie das Ganze jetzt am Ende aussieht, siehst du jetzt. Ich glaube, im letzten Video, zum Camper Ausbau war ich soweit, dass ich alles gedämmt habe und auch die Unterkonstruktionen, Latten für den Boden festgeklebt habe. Ich glaube, das war so das Letzte, was ihr gesehen habt. Und seitdem ist natürlich eine ganze Menge auch hier drin passiert. Zum einen ist auf die Unterkonstruktion von dem Boden jetzt eine Siebdruckplatte gekommen. Ist relativ schwer, habe ich auch lange überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber ich wollte unbedingt eine wirklich stabile Holzkonstruktion als Untergrund haben, wo ich dann auch wirklich alles drin verschrauben kann. Deswegen ist das hier eine 1,5 cm Siebdruckplatte unten drunter. Und oben drauf habe ich Klick-Vinyl geklebt am Ende tatsächlich. Also ich habe das erst alles so angepasst und ausgeschnitten und diesen Klick-Vinyl-Boden dann am Ende auch geklebt. Das siehst du jetzt hier auch gerade im Zeitraffer, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. War eine eklige Arbeit, vor allem mit diesem Kleber habe ich mir tatsächlich dann doch ein paar Klamotten versaut. Aber so ist es nun mal und jetzt ist der Boden aber tatsächlich drin. Leider habe ich hier ein paar Fehler gemacht. Ein Fehler war, dass ich das Ganze verklebt habe, als es relativ warm war. Und jetzt ist es schon wieder ein bisschen kältere Jahreszeit. Und leider sieht man jetzt so ein bisschen, dass das Holz tatsächlich arbeitet und so ein paar kleine Fugen dann doch sichtbar werden, weil sich das Holz wieder zusammenzieht. Habe ich leider nicht daran gedacht. Also falls du selber einen Camper ausbauen möchtest, dann denk da auf jeden Fall dran, mach es nicht an einem Tag, wo es zu warm ist. Weil wenn eine kältere Jahreszeit kommt, dann zieht sich das Ganze wieder zusammen, obwohl es festgeklebt war. Aber Holz arbeitet nun mal. Und das ist halt eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Ja, es sind so kleine Schönheitsfehler, die man jetzt leider nicht mehr wirklich korrigieren kann. Aber falls ihr einen Tipp habt, was ich machen kann, um diese Fugen wieder so ein bisschen unsichtbar zu bekommen, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Es ist festgeklebt. Ich kann also nicht einfach von hinten irgendwie nochmal gegenklopfen. Funktioniert nicht. Aber falls es da irgendwas anderes gibt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Vielleicht hat da der ein oder andere von euch noch eine Idee. Dann gehen wir mal rein in das gute Stück. Denn ihr seht, wir haben auch inzwischen eine Decke und Wände hier drin. Hier oben sieht man noch so ein kleines bisschen die Holme. Aber die werden später dann auch verdeckt. Sobald wir hier Hängeschränke und so ran machen, dann sieht man die auch alle nicht mehr. Auch diese Fuge wird man nicht mehr sehen, weil wie du siehst, stehe ich hier gerade vor dem geplanten Badezimmer. Hier ist schon die Duschwanne. Und da wird hier genau dann auch die Kante sein von dem Badezimmer. Deswegen wird man diese Fuge hier dann auch nicht mehr sehen. Und vielleicht fällt es dir schon so ein kleines bisschen auf. Ich habe das Ganze aus Pappelsperrholzplatten zusammen gebastelt und habe diese Pappelsperrholzplatten aber noch mit einer Nut- und Federoptik quasi frisiert. Dazu habe ich einfach meine Tauchkreissäge genommen und habe die auf, ich glaube, 2 mm sind es im Endeffekt, eingestellt. Habe einfach die Platten auf den Boden gelegt und dann 2 mm da reingesägt, sodass man tatsächlich dann diese Fugen hier drin hat. Ich finde es eine sehr coole Optik. Ich wollte es nicht komplett gerade haben. Ich finde, so macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen was her. Und ja, das ist im Endeffekt das, was bei rumgekommen ist. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, ob es stabil genug ist am Ende noch, weil es sind 6 mm Pappelsperrholzplatten. Und wenn ich da jetzt noch 2 mm reinfräse quasi, war ich mir unsicher, ob es stabil genug ist, aber es hält bombenfest. Man sieht jetzt hier noch einzelne Schrauben, wo wir das Ganze dann verschraubt haben. Die werden natürlich auch noch unsichtbar gemacht. Die meisten machen es ja so, dass sie die einfach zuspachteln. Wir haben uns da ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar, hier sieht man es schon. Hier waren auch mal Schrauben drunter. Und da gibt es einfach im Baumarkt solche kleinen Aufsätze, so eine Plastikaufsätze, die man da draufpacken kann. Man hat den Vorteil, ich kann die jederzeit wieder runternehmen. Und wenn ich noch mal hinter die Wand muss, kann ich die jederzeit auch wieder abschrauben. Wenn ich das verspachtel, dann wird es natürlich kompliziert. Und deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden. Die meisten davon werden ja am Ende auch gar nicht mehr sichtbar sein. Und auch um Elektrik haben wir uns gekümmert. Hier sind nämlich schon Steckdosen drin. Einmal 12 Volt USB-Steckdosen und einmal 230 Volt. Das entsprechende Stromsetup, das finden wir hier unter dem Bett, was schon so, naja, noch nicht wirklich steht, aber so ein bisschen die Konstruktion. Hier also kommen die ganzen Stromkabel an. Hier habe ich schon so eine Platte fertig gemacht. Hier kommt dann das ganze Stromsetup drauf. Hier unten drunter seht ihr schon die Batterien, die ich verwende. Das Ganze wird dann noch natürlich miteinander verkabelt. Da hat mir ein Kumpel geholfen, der Elektriker ist. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an Benni. Ja, und das Ganze muss jetzt halt nur noch verkabelt werden. Auch habe ich hier solche Kästen gebaut für die Radkästen, damit die verdeckt sind. Und hier ist dann im Endeffekt die Bettkonstruktion. Das Bett habe ich gebaut aus 2,5 cm dicken Alukonstrukten, also Alurohren quasi. Die, viereckige Alurohren, die sind innen drin hohl und werden dann mit solchen Plastiksteckverbindern, kann man die zusammenstecken dann im Endeffekt. Also die werden in 2,5 Metern Länge angeliefert. Und dann kann ich mir die zurechtschneiden, wie ich sie brauche von der Länge her. Und daraus habe ich mir dann hier so ein komplettes Gerüst gebaut. Sieht man jetzt hier auch unter der Platte, da ist das ganze Gerüst für das Bett. Und hier liegen jetzt schon mal so ein paar zurechtgesägte Bretter auf dem Bett drauf, wo dann am Ende dann die Matratze drauf kommt. Da kommen auch noch Löcher rein und so weiter, damit hier ein bisschen Luftzirkulation drin ist. Aber all das zeige ich dann in einem kommenden Video. Und was wir auch gemacht haben, ist, ihr habt es ja schon in den Videos davor gesehen, wir haben hier eine Seitenverbreiterung drin, damit wir quer schlafen können. Einmal hier auf der Seite und einmal auf der Seite. Und die habe ich jetzt auch schon mit Holz verkleidet. Da drüber habe ich das Ganze gefilzt, damit es auch noch ein bisschen wohnlicher aussieht. Ja, auch hier haben wir schon Steckdosen drin. Wenn wir dann hier mit dem Kopf liegen, dann kann ich da hier mein Handy zum Beispiel laden. Dann wird hier daneben noch ein kleines Regal kommen, wo man das Ganze dann ablegen kann. Und hier liegt man dann quasi mit dem Kopf drin. Ja, da kommt eine Matratze drüber. Und hier mit den Füßen. Und so habe ich eine Liegelänge quasi oder Liegebreite, wie man auch immer es nennen möchte, von 1,95 Meter. Was für mich vollkommen ausreichend ist, denn ich bin 1,80 Meter. Klar, da hinten wird es ein bisschen schmaler, aber ich sage mal hier für Füße und Kopf ist das vollkommen ausreichend. Auch die Dachfenster hier sind schon komplett verkleidet. Wir haben auch hier in den Decken schon LED-Spots drin. Auch das ist passiert. Und hier kommen jetzt hier noch ganz viele Kabel raus, weil hier wird quasi so der Bereich sein, wo der Bordcomputer ist, wo man alles kontrollieren kann, wo Lichtschalter sind. Also wenn man hier reinkommt, dann kann man direkt alles anmachen, Licht, die Wasserpumpe aktivieren, über den Bordcomputer gucken, wie viel Wasser wir noch im Wassertank haben, wie voll der Abwassertank ist und so weiter und so fort. Also da kann man dann eine ganze Menge sehen. Und was auch schon hier drin steht, ist der Kühlschrank. Ja, ich habe mir schon einen Kühlschrank gekauft. Ich bin jetzt hier gerade dabei, so ein bisschen die Küchenzeile zu planen und die ist hier auf dieser Seite. Deswegen steht hier der Kühlschrank schon mal, damit ich da auch genau mit den Maßen arbeiten kann. Und ja, die wird hier noch so ein bisschen weitergehen über den Einstieg hinweg. Ich sage mal ungefähr bis hier so. Dann hat man noch 60 bis 70 Zentimeter zum Einstieg. Das reicht vollkommen aus. Und ja, du siehst, es ist trotzdem eine ganze Menge passiert, obwohl jetzt auch so viel Zeit vergangen ist. Eigentlich wollte ich schon fertig sein, aber es zieht sich alles hin. Ich muss auf einige Teile jetzt noch lange warten, die ich brauche, um weiterzubauen. Es ist noch eine ganze Menge jetzt zu machen, was ich machen kann, wo ich auch alle Sachen schon da habe. Aber es gibt halt so ein paar Lieferengpässe bei bestimmten Bauteilen, die ich brauche. Und deswegen dauert es da halt einfach noch ein bisschen länger. Hier zum Beispiel solche Details. Also ich habe jetzt hier so eine Einstiegskante auch gemacht, so eine Abschlusskante hier drunter, wo ich hier gerade sitze. Die ist noch nicht festgeklebt zum Beispiel. Also es sind lauter Kleinigkeiten noch, die zu machen sind. Aber jetzt geht es so langsam an den Möbelbau. Und jetzt geht es vor allem daran, dass man Ergebnisse sieht. Es war lange Zeit, wo der Van gedämmt wurde, wo man Unterkonstruktionen und so weiter gebaut hat, wo man einfach nicht viel gesehen hat. Und das war dann auch so ein Stück weit frustrierend. Und jetzt geht es aber wirklich daran, dass wir das Bett bauen. Da sind wir schon voll mit dabei. Und natürlich auch jetzt die Küche und das Badezimmer und so weiter. Und das sind halt sichtbare Erfolge. Und natürlich ist da die Motivation auch ein bisschen höher, da jetzt weiterzubauen. Und so, dass es dann hoffentlich dann auch im nächsten Jahr dann endlich richtig losgehen kann. Und dann werde ich sehr, sehr viel unterwegs sein mit diesem Van. Aus dem Van hier raus auch sehr viele Videos für euch produzieren, wenn ich dann on location unterwegs bin, fotografiere. Und ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Und jetzt gibt es auch wieder regelmäßige Van-Videos. Ich verspreche es euch. Also, ich hoffe, das war ein schönes Update für euch. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr Fragen dazu habt, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe zu erklären. Ich weiß, das war jetzt nur so ein kleiner Schnelldurchlauf. Einfach mal so ein kurzes Update. Wenn ihr explizite Fragen zu irgendwas habt, dann stellt die gerne. Dann mache ich da vielleicht auch mal ein extra Video zu einfach. Ich habe jetzt lange nicht gefilmt mit dem Ausbau. Hatte ich eigentlich auch anders vor. Aber es ist auch immer so ein bisschen schwierig. Entweder möchte man bauen oder man filmt. Also beides gleichzeitig ist echt immer so ein bisschen kompliziert. Raubt auch extrem viel Zeit. Und deswegen ist es dann immer so eine Geschichte, wie man es machen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.